Hallo liebe Erdlinge, hallo liebe Veganerinnen und Veganer. Morgen ist es endlich soweit. Der Earth Day 2021, am 22. April, steht ja hier in Deutschland unter dem Motto Jeder Bissen zählt. Und wir wissen natürlich, dass es insbesondere darauf ankommt, dass jeder Bissen rein pflanzlich ist, damit er auch wirklich für Klima- und Umweltschutz zählt. Darum macht mit bei unserer Online-Kampagne, schreibt ein Schild, wo drauf steht, jeder vegane Bissen zählt, weil, tragt euer eigenes Argument darunter. Ihr werdet ganz, ganz viele finden auf unserer Homepage www.vegansforfuture.eu Macht ein Selfie mit diesem Plakat mit euch und postet das Ganze morgen auf euren Social Media Kanälen mit den Hashtags Earth Day, Earth Day 2021 und natürlich vegansforfuture. Und das Wichtigste ist natürlich, teilt ganz viele Posts von anderen Menschen, die auch an dieser Aktion teilgenommen haben, um dem Ganzen möglichst viel Reichweite zu geben. Und so können wir vielleicht die Bevölkerung da draußen darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, für Klima- und Umweltschutz sich rein pflanzlich zu ernähren. Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!